Hallo zusammen, mein Name ist Fabrice Hemms. Im Namen des ganzen InsideGames.ch-Teams möchte ich euch herzlich auf unserem YouTube-Kanal begrüssen. Was ist InsideGames? InsideGames.ch ist ein Schweizer Gaming-Portal, das es seit 2009 gibt. Auf unserer Seite gibt es täglich News, Reviews und Erfolge unserer Fan-Leitfäden zu den beliebtesten Spielen. Das ist aber natürlich nicht alles. Bei Gewinnspielen könnt ihr Preise ergattern, bei von uns aufgestellten Herausforderungen könnt ihr eure Fertigkeiten auf die Probe stellen und in unserem Forum könnt ihr mit Gleichgesinnten diskutieren oder Mitspieler zum Zocken finden. Wieso YouTube? Uns ist je länger je klarer geworden, dass das geschriebene Wort heute nicht mehr genug ist. Bilder können mehr als tausend Worte sagen. Unser YouTube-Kanal ist jedoch nur ein ergänzendes Angebot. Auf unserer Seite werdet ihr weiterhin alle die Inhalte finden, die wir bisher schon angeboten haben. Was bietet dieser Kanal? Wie gerade erwähnt ist hier ein Platz, wo wir unser bereits bestehendes Angebot an Content ausbauen. Für euch bedeutet das Gameplay-Eindrücke zu alten und neuen Spielen, die wir gerade testen, oder Hilfe zu erfolgen unserer Fan. YouTube bietet uns die Möglichkeit, unsere Inhalte schneller und in einem anderen Format zu präsentieren. In diesem Sinne möchte ich euch für eure Aufmerksamkeit danken. Wenn ihr uns auf unserem Weg begleiten möchtet, dann freuen wir uns, euch als Abonnenten an unserer Seite zu haben. Bei Anregungen, Fragen oder sonstigen Anliegen könnt ihr gerne hier einen Kommentar hinterlassen. E schöne Zahre! Eeeh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020